Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Na, der ist gleich erstmal runtergefallen. Und hoch her. Boah, wir flüten in den Nestern sind denn hier. Das war knapp. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Reichweite die Explosion da jetzt haben von den Eiern. So, Entschuldigung, ich wurde gerade gestört. Und hier ist noch eine Station. Oh, mach mal. Ach tak, da waren auch welche. Wie geht's? Aha. So, und dann würden wir sagen, geht's hier back up. Oder hier runter. Bock, ja. Ich will doch nur das Fass zerstören. Danke. Wuhu. Wuhu. Fugger. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Oah. Immer noch so viele. Jetzt gibt's ja erstmal Granaten von hier oben Und Tamale, da ist sie wieder Noch ein Nest So, das war's jetzt aber, ne? Jetzt war's das Oh, da vorne liegen noch Granaten Dann hab ich ja kaum was verbraucht Oder ich hab's wieder Ah, hab's gesehen Natürlich geht der Fahrstuhl nicht So, was ist das denn? Plasma-Granate? Oh man, nice Ist mitgenommen Alter, hier ist nicht ernsthaft Och, nö Ich bin schon wieder gegen so'n Ding Ja Baller Oh scheiße, ich muss erstmal zurück Genau, da war ne Minigun Und die schnapp ich mir jetzt erstmal Klebegranaten Obwohl, gegen den Dicken Könnten ganz hilfreich sein Nehme ich einfach mal mit Plasma-Granaten scheinen nur zu betäuben Aber dass sie jetzt Schaden machen Kommen hier lieber für die Schatten Nein Oh Zack 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 Ist aber auch nervig Hoffentlich kann ich damit überhaupt den Anker Ähm Benutzen Um da hochzukommen Weil ansonsten Ja, schafft er Hält er auch mit einer Hand fest Das dicke Ding Ja, jetzt gibt's auch's Maul Wo ist der, der mit einem Raketen Ja, schick mich Warum du, kann ich dir auch nicht sagen Bist im Weg Hm Das war dumm Ja, noch ein zweiter Klar doch Oh, und Akkreden auch noch Ich fick sie nicht Ja, quasi jetzt Weil du nicht Mir eine geknallt hast Ja Wie ich das gesagt Weil du mich erwischt hast Ja Das ist blöd gelaufen Ich glaube ich versuche einfach mal mit Ich hab sowieso kaum noch viel Energie Ich hab sowieso kaum noch viel Energie Ich hab sowieso kaum noch viel Energie So So Alter Hab ich mich immer erschrocken Ja Oh, neue Gegner Ich rate einfach mal Ich muss wahrscheinlich Hier entlang Oder aber auch nicht Ah, okay Hab ich mir fast gedacht Dass die Viecher explodieren Oh, und die schlocken auch ein bisschen mehr Dann geh ich erstmal auf die Buzzer Woah Super, ey Scheiße Das wird nicht anfangen Erstmal letztes Mal wieder hier werbe Oh, klar Das wird nicht anfangen Also wird nicht anfangen Ich bin bin Ich bin Woh Mach Ich bin Ich bin Oh, die ganze Thermalenergie So, jetzt aber erstmal das Nest jetzt da schön, bevor noch mehr kommt Und das dann natürlich auch Ja, das ist ein super Tipp Ach, scheiße, ist noch nicht kaputt Aber jetzt Hammerfett so eine geile Laserkommune hier Doppelsprung Doppellehrtaste Nebelwand ist auf X Vorsprung, Y Okay Oh, fick dich Okay So Alles klar Koppelsprung Erstmal jetzt das Gewehr Gut geht's Gut geht's Gut geht's Gut geht's